So Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute ohne das Fernsehen, ohne das WDR Fernsehen. Wir sind alleine hier in tiefer Nacht im Radio bei 1Live. Schön, dass ihr auch dabei seid. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Freie Themennacht, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was, dann ruft ganz einfach an oder faxt. Faxnummer 0800 5678 110. Peggy. Peggy ist meine erste Anruferin heute Morgen. Genau. Und sie ist 20 Jahre alt. Genau. Bisher alles Treffer. Ja. Peggy, um was geht es? Es geht darum, dass ich meinen Freund zwei Jahre hatte. Nochmal, dass du deinen Freund, was? Ja, mit dem war ich zwei Jahre zusammen. Zwei Jahre? Ja. Und ich hatte eine Freundin, also meine beste Freundin, 17 Jahre, mit der bin ich im Kindergarten und schon in der Schule und überall hingegangen. Ich liebe dich. Du kommst aus Berlin, stimmt's? Ja, genau. Ich mag sie gerne, die Berliner Sprache. Und auf jeden Fall ist er mit ihr durchgebrannt und ich bin im siebten Monat schwanger. Ja. Zwei Jahre mit dem zusammen. Mhm. Dann mit der besten Freundin durchgebrannt. Ja. Und dann auch schwanger. Ich bin im siebten Monat schwanger, ja. Und er hat die Schwangerschaft aber bis zum fünften Monat intensiv miterlebt und auch, sag ich mal, war mit dem Frauenarzt und ist überall mit mir hingekommen und jetzt ist nichts mehr. Seit zwei Monaten versuche ich ihn anzurufen, ich versuche mit ihm zu reden, ich komme nicht an ihn ran. Wer meldet sich denn, wenn du wieder anrufst? Da meldet sich gar keiner, weil wenn ich dann ran, wenn ich anrufe, lasse ich entweder meine Nummer über den Handy mitsenden und dann geht er erst gar nicht ran. Wenn ich sie nicht mitsenden lasse, dann legt er sofort wieder auf. Und hast du versucht, ihn zu besuchen, vorbeizugehen? Also ich sag mal, das ist 100 Kilometer von mir entfernt, wo die jetzt wieder hingezogen sind. Ach so. Und ich bin mit meiner Mutter, also meine Mutter ist eben mal hingefahren, weil sie auch sehr guten Kontakt zu ihm hatte. Ja. Die haben sich eigentlich immer gut verstanden und sie haben über alles geredet, aber irgendwie, er wollte auch nicht mit ihr reden. Er hat einfach zu ihr gesagt, sie soll sich da raushalten und er wollte einfach nicht mit ihr reden. Kam das, ich hab da vorhin so zwischengequatscht, deswegen hab ich das nicht richtig mitbekommen. Kam das Schlag auf Schlag, das der mit deiner Freundin angewandelt hat? Ja, das weiß ich eben nicht. Weißt du nicht mehr. Ich weiß nicht, ob da vorher schon was lief. Ich weiß nur, dass er freitags nach Hause kam, das war, weil er ist Soldat. Und kam von der Bundeswehr freitags nach Hause, wie immer und begrüßte mich nicht, hat mich nicht eines Blickes, wie würde ich, hat der eine Tasche gepackt und meinte so zu mir, lass uns reden. Und ich so wie jetzt, wir haben uns wieder im Wohnzimmer gesetzt und dann meinte er so, das geht nicht mehr und ich muss dir was sagen. Ich sag, was denn? Sagt er so, naja, ich hab mich in Dana verliebt, also meine beste Freundin. Da hat dich ja Schlag getroffen. Und Dana sitzt ja auch in mich und ich bin in Tränen ausgebrochen und ich sag, du kannst mich da jetzt nicht einfach sitzen lassen. Ich bin nachher fünf Monaten schwanger. Ich sag, und sie ist meine beste Freundin und ich hab das irgendwo nicht verstanden, weil sie war vorher mit dem Bruder von ihm zusammen. Und ich sag mal, ja, Bruder, Stiefbruder. Und das hat wohl nicht so ganz geklappt und die sind dann nach einem halben Jahr auch wieder auseinander, aber ich sag, wir waren zwei Jahre zusammen. Sag mal, Peggy, bevor er dir das so kundgetan hat, wie lief denn da eure Beziehung? Der sagte, es geht so nicht weiter. Hattet ihr noch Probleme miteinander? Ja, wir hatten eigentlich mehr Probleme. Ich sag mal, es waren Streitereien, kleine Streitereien wie in jeder Beziehung. Aber für ihn offensichtlich größere Streitereien, oder? Ja, ich weiß es nicht. Wir haben uns öfter auch gekabelt wegen meinem besten Freund, weil er immer dachte, da ist was und da war aber nichts. Ich hab ihm das auch hunderttausendmal versucht zu erklären, dass da wirklich nichts ist. Und dieser beste Freund von mir, ich sag mal, mit ihm habe ich mich dann wirklich nur noch getroffen, wenn er nicht da war, weil ich wusste, wie er reagiert mit seinen Eifersüchteleien. Kann das sein, dass er aus Eifersucht, die nicht begründet war, wie du es jetzt sagst, aber dennoch, dass er aus Eifersucht sich an die beste Freundin rangemacht hat? Ich weiß ja nicht, warum. Naja, das kann schon sein, aber sie ist meine beste Freundin. Und warum macht sie denn so viel Wester, dass ich eigentlich glücklich mit ihm war? Ja, ja, das ist natürlich ein ganz klares Argument. Das ist ganz schlimm, dass die beste Freundin sowas macht. Sie war 17 Jahre lang mein Westerfreundin. Ich hab ihr alles anvertraut. Hast du denn mit der jetzt nochmal versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich hab das versucht, Domian. Was soll ich denn noch machen? Ich hab ihr einen Brief geschrieben. Ich hab geschrieben, lass uns bitte reden. Ich komme nach Frankfurt. Lass uns drüber reden. Sie hat mir darauf nicht geantwortet. Ich hab ihr eine SMS geschrieben. Ich sag, wirklich, man kann über alles reden, aber lass mich nicht jetzt hängen. Hast du Kontakt zu den Eltern von dem Jungen? Ja. Was sagen die dazu? Also, ich sag mal, ich hab zu seinen Eltern, hab ich nicht gerade diesen guten Kontakt, aber zu seiner Oma. Und seine Oma ist völlig deprimiert, weil sie gedacht hat, das hält für immer mit uns beide. Und irgendwo, denn das Kind ist ja dann auch noch da und das spielt eine wichtige Rolle, aber er meldet sich weder zu Hause noch irgendwo. Er ist wirklich nur bei ihr und redet mit keinem. Also weder mit mir noch mit meinen Eltern. Und mit meinen Eltern hat er eigentlich immer guten Kontakt gehabt und sich immer gut mit denen verstand. So, was ist jetzt zu machen? Was ist zu machen? Ich glaube, du kannst erstmal, kannst du natürlich den Kontakt nicht erzwingen. Du hast ja schon so viele Angestellten. Mehr kannst du ja eigentlich gar nicht tun. Gut finde ich, dass du den Draht zu der Oma hast. Von ihm. Du bist in guten Händen. Du bist bei deiner Mama, sagst du? Ja, also ich habe zu meinen Eltern wirklich nie das Verhältnis. Und meine Mutti ist für mich meine beste Freundin momentan. Und das war so vorher schon nur. Ich habe halt immer auch noch Dana gehabt und ich habe wirklich mit ihr auch über alles geredet. Und ich verstehe das einfach. Ich kann sowas auch nicht verstehen, Peggy. Das sage ich dir ganz offen. Aber es ist jetzt bei euch passiert und es passiert leider Gottes immer wieder. Da wirst du dich jetzt, was Dana heißt sie, ne? Ja. Du hast Dana an Gott erstmal mit abfinden müssen. Erstmal. Die andere Frage ist, der Bursche muss sich ja dann auch zu seinem Kind bekennen und sich irgendwann auch hoffentlich drum kümmern. Deswegen, ja. Ich bin um sieben Monate schwanger. Ich bin immer zum Glück, dass ich das immer machen. Ich habe ihm letztens geschrieben, dass ich ihn brauche. Also ich habe ihm einen persönlichen Briefzeichen geschrieben. Und ich habe ihm noch hingeschrieben, dass ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe, dass ich die auch wirklich einräume. Aber dass er seine Fehler auch einräumen muss. Und wir wenigstens darüber reden sollten. Und nicht einfach so hoppla popp, dass er einfach weg ist. Und er hat nicht darauf geantwortet, nicht so er geht. Nein, er hat, es kam keine Reaktionen. Überhaupt keine. Dann würde ich jetzt im Moment an deiner Stelle auch gar nichts machen. Konzentriere du dich auf dein Kind, auf deine anstehende Geburt, dass das erstmal alles gut über die Bühne läuft. Er wollte ja nur beisein, wenn das Kind geboren ist. Ja gut, dann ist das. Ja gut, aber das ist ja jetzt nicht Sache im Moment. Ich würde auch, wie gesagt, den Kontakt zu dieser Oma aufrechterhalten, dass die weiterhin versucht, ihn da zu bearbeiten, dass er wieder zur Besinnung kommt, was immer darauf vorgefallen ist. Ja, wirst du mir jetzt mal was anderes, was mache ich denn, wenn er jetzt so sagt, okay, es war ein Fehler. Wenn er das jetzt wirklich sagt, aber kann ich ihm dann überhaupt noch vertrauen oder ihr vertrauen? Ich finde, es geht erstmal um ihn. Wenn der sagt, das war ein Fehler, dann müssen wir uns erstmal anhören, wie er das alles begründet, warum und wieso das dazu gekommen ist. Ob du vielleicht sogar auch eine Schuld trägst. Ich weiß es ja nicht. Ich denke mal, klar, ich werde auch eine Schuld mit dran tragen. Ich habe auch gesagt, ich räume diese Schuld ein. Aber ich sage mal, nach zwei Jahren geht man nicht einfach auseinander und schon gar nicht, wenn man versucht, eine Familie zu brennen. Peggy, das sehe ich auch so. Aber es gibt immer wieder Fälle, wo Menschen sehr verantwortungslos sind oder auch Männer verantwortungslos sind und das dann doch tun. Das ist sehr enttäuschend für den, der zurückbleibt, der verlassen wird. Aber sowas gibt es alles. Wenn er zurückkommen will und sagt, ich habe einen Fehler gemacht, solltest du, finde ich, im Hinblick auf die junge Familie, die da entsteht, ihm eine Chance geben, wenn er das vernünftig erklären kann und wenn er Reue zeigt, weil du ihn ja offensichtlich noch liebst. Ich lieb ihn ja sehr. Ja. Aber du kannst es auch nicht erzwingen im Moment. Ich finde ja gut, dass du einen Brief geschrieben hast und du hast ja alles Mögliche gemacht. Aber mach jetzt erstmal nichts. Du kannst es ja nicht tun. Du kannst es ja nicht. Ich kann es ja jetzt nicht mehr machen. Nee, du kannst es ja. Ich habe jetzt mit allen möglichen Menschen schon geredet. Also mit meinen Eltern vor allen Dingen. Und meine Mutter sagt auch, also ich mache mich dadurch auch selber kaputt. Ich war jetzt auch hoch im Krankenhaus, weil ich mich so aufgeregt. Ich verlege mich immer wieder so darüber. Ja, nee, das ist ja mein Reden auch. Du musst jetzt deine Kräfte auch sammeln. Du musst jetzt auch in erster Linie mal an dein Kind denken. Dass das Kind in einem Zustand zur Welt kommt, wo die Mutti, nämlich du, dich körperlich einigermaßen gut fühlst und auch einigermaßen seelisch funktionierst. Traurig bist du ja nur sowieso. Aber wenn du dich jetzt bis zur letzten Sekunde vor der Geburt da so reinsteigerst, in all die ganzen Traurigkeiten, ist das nicht gut. Naja. Sei froh, dass du die Mama hast, deine Mutti hast. Ja, da bin ich wohl sehr dankbar für. Wenn du jetzt ganz alleine da stehen würdest und er hätte dich verlassen, wäre das alles noch viel dramatischer. Tja, das stimmt wohl. So, jetzt hast du ihm geschrieben, er weiß genau, was los ist. Er ist jetzt am Zug zu handeln. Und du machst jetzt erstmal gar nichts mehr. Macht das deine Geburt abhoffend. Wir hoffen alle, dass es gut über die Bühne geht. Ja. Und dann, wenn das alles erstmal gelaufen ist, dann kann man ja neu überlegen, dass du nochmal eine richtige Aktion startest. Naja, das ist halt wie gesagt schwer. Ja, weil ich jetzt mittlerweile wirklich nicht mehr wehfertig machen soll. Und ich auch dir schon die Hoffnung aufgegeben habe, dass ich ihn vielleicht durch das Gespräch führen kann. Vielleicht. Irgendwann mal. Und meine Mama sagt auch jedes Mal zu mir, du musst jetzt an dich denken und an das Kind. Und ich denke an deine Tochter, die will auch eine liebe Mama haben. Und ich sag mal, wir haben jetzt eine gemeinsame Wohnung. Ihr habt ja. Weißt du, Peggy, vielleicht hilft auch ein bisschen, du bist sehr traurig, aber du hast doch allen Grund, richtig sauer zu sein. Und zornig auf ihn. Nach dem, was er getan hat. Und so ein bisschen Zorn kann einem auch helfen, aus der Trauer manchmal rauszukommen. Ja, aber ich meine, ich bin zu zornig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich im Moment, wenn ich dem Weg gegenüberstehen würde, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wüsste ich nicht, was ich machen würde. Und ich habe mir auch schon manchmal und mir mittlerweile gewünscht, dass ich nicht schwanger wäre. Ja, aber das sind verständliche Reaktionen. Aber wenn du ganz ehrlich in dich reinhörst, freust du dich ja auch auf deinen... Na klar, ich weiß, dass das Kind da ist. Ich merke, ich weiß ja, oder ich merke, ich merke ja, wie sie strampelt. Ja. Wie sie ihre Reaktionen auf manche abgibt. Und ich merke auch, wenn ich mich aufregue oder wenn ich mich zu sehr wieder erde oder weine, dass sie dann auch trampelt und mir zeigt, hallo Mutti, hier, ich will nicht mehr. Genau, genau. So, und ganz toll, wenn du mir jetzt versprechen würdest, ich lasse erst mal die ganzen Aktionen sein und kümmere mich wirklich um mich. Ist okay. Und dann drücke ich dir alle Daumen, Peggy. Dankeschön. Wenn da mal was ist, versuche anzurufen. Ich rede gerne mit dir. Okay, danke. Alles Liebe. Dankeschön. Schöne Grüße nach Berlin. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Hier ist Radio und live mit der WDR Telefontalkshow Domian. Und wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne euch unterhalten wollt mit mir, egal über welches Thema. Faxen könnt ihr auch unter 0800 5678 110. Bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Ich begrüße herzlich Ralf. Und Ralf ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Mein Thema ist meine Freundin. Und zwar kennen wir uns seit knapp zwei Wochen. Bis jetzt klingt das noch alles recht unspektakulär. Bisher ja. Und zwar ist das so, wir haben uns kennengelernt über so einen SMS-Chat, über so einen Anbieter. Ja. Und haben da erst so ein paar Minuten hergeschrieben. Und seit knapp zwei Wochen sind wir eben auch jeden Tag am Telefonieren erst mal. Ach so, ihr habt euch noch gar nicht gesehen. Richtig. Jetzt kommt der Knackpunkt. So, und womit ich wieder reden wollte, ist eben der Punkt. Wir haben uns halt, wie gesagt, noch nicht gesehen. Und seit ein paar Tagen gibt es uns also beiden, also gleich. Und zwar jeden Tag, dem wir telefonieren und uns nicht gesehen haben, steigt unsere Sehnsucht zueinander. Ja, verständlich. Und wir haben uns quasi jetzt, was ich halt nicht so ganz verstehen kann, auch schon, sag ich mal, uns verliebt. So richtig. Das Beste sogar schon. Und ich hätte vorher nie geglaubt, dass sowas eigentlich gehen kann. So nur von Stimme zu Stimme. Ja, richtig, ganz genau. Und ihr habt euch auch noch keine Fotos geschickt oder so. Sind wir jetzt dabei. Also morgen, sprich heute, möchte ich mal eins schicken. Oh, wie aufregend. Ich schicke auch eins. Ah. Und am 19. Februar habe ich halt Urlaub. Und da fahre ich halt zu ihr hin, weil sie wohnt in Freiburg. Und du? Ich in der Nähe von Bonn, in Bad Breisig. Oh ja, das ist natürlich weit weg, ne? Ja, ist schon ein Stück, ja. Und, naja, wir haben, wie gesagt, jeden Tag telefoniert jetzt, auch heute Abend wieder. Mhm. Und da hatte ich ihm ja mal davon erzählt, dass es halt diese Radiosendung gibt. Also du mir ja in dich quasi. Und da meint sie, ja, du, das wäre mal eine tolle Idee, dann mal anzurufen. Mhm. Und immer darüber zu reden, was er davon hält. Mhm. Ob denn sowas sein kann und wie er sowas nehmen kann jetzt. Wie dumm. Wie dumm, dass wir heute nicht im Fernsehen sind. Das heißt, in Freiburg kann sie uns nicht empfangen im Radio. Nee, das nicht, aber ich nehme es auf. Ach so, das ist gut. Gut, also die Problemstellung oder die Frage ist, gibt es sowas, dass man sich verknallt innerhalb von zwei Wochen nur am Telefon oder wie? Ja, genau. Ja, klar gibt es das. Ja, genau. Und man kann es eben nicht so richtig glauben jetzt. Also hätte mir das mal einer vorher gesagt, dass es was sein kann, hätte ich gesagt, das kann nie im Leben sein. Also, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass das möglich ist, wenn man viel mit jemandem telefoniert, dass man da hohe Sympathie, wenn nicht sogar eine Verliebtheit empfindet. Aber, das ist ja nur eine sinnliche Ebene, nämlich das Hören. Ja, genau. Der nächste Punkt ist jetzt, wie wird das sein, wenn du ihr Bild siehst oder wenn sie dein Bild sieht? Wir funktionieren ja nur auch optisch und visuell. Ja, genau. Das hat sie eben auch schon gesagt, dass sie da eben... Vielleicht stehst du gar nicht auf sie. Oder vielleicht steht sie gar nicht auf dich. Kann ja auch sein. Ja, darauf kommen wir jetzt noch. Und zwar, sie hatte auch schon große Angst, dass sie mir nicht gefallen kann. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Aber ist halt ihre Angst halt etwas größer. Ja. Und ich habe zu ihr schon gesagt, also so gern, wie ich sie jetzt schon habe oder so, wie ich sie eben schon lieben tue jetzt, da könnte sie quasi fast schon noch so hässlich sein. Habe ich so das Gefühl jetzt so in mir jetzt. Gut, wenn ich sie sehe, wird es etwas anderes sein. Aber ich nehme an, also so wie sie sich beschrieben hat, und das hat sie auch ehrlich gesagt und gemeint, sieht so wirklich hübsch aus. Wie hat sie sich denn beschrieben? Ja, sie hat sich beschrieben, also 1,75 groß. Ich meine 80 Kilo, so hat sie noch gesagt. Wie viel 80? 80, ja. Und lange, glatte, braune Haare hat sich extra noch glatt ziehen lassen und so. Ja. Und es hat sie eben Angst, weil sie eben, dass ich ihr halt nicht gefallen könnte. Ja. Und, aber die versuche ich eben die ganze Zeit schon zu nehmen. Ja, wobei man die auch nicht so ganz nehmen sollte. Ich meine, ein gewisses Risiko ist da. Da müsst ihr beide mit leben. Es kann durchaus sein, dass ihr, wenn ihr euch seht, oder vielleicht sogar, wenn ihr euch gegenübersteht, dass ihr dann erkennen müsst, wir finden uns nett, schätzen uns, sind vielleicht gute Freunde oder Kumpels könnten wir werden, aber so viel Liebe und Sexualität ist das Reizschema einfach nicht so da. Kann ja sein. Damit müsst ihr leben. Ja, nee, klar, das stimmt. Das ist die Spannung jetzt, bis ihr euch denn mal wirklich seht. Ich meine, mit dem Foto ist es schon mal ganz gut, morgen. Ja, klar, nee, also das haben wir auch schon schnellstmütig eingefädelt. Dann haben wir wenigstens das schon mal machen können. Vor allen Dingen dann hat sie Ruhe, ich habe Ruhe. Da haben wir das eine Thema eben schon mal weg jetzt. Und dann können wir uns eben wirklich darauf konzentrieren, dass ich eben dann jetzt Ende Februar eben so hinfahren kann. Sind ja noch knapp zwei, gut zwei Wochen. Ja, ist ja noch ein bisschen hin bis dahin. Ja. Weil, wie gesagt, ich bin ja auch berufstätig, brauche da eben auch Urlaub dafür. Ja. Also Ralf, ich glaube durchaus, dass es sowas gibt, dass man das kann. Aber ich würde mir das auch im Kopf weiter als Möglichkeit offen lassen, dass man sich vielleicht nicht gefällt gegenseitig. Ja klar, also die Möglichkeit kann schon bestehen. Das ist wichtig, dass man die Möglichkeit so offen lässt, um nicht zu enttäuscht zu sein hinterher. Ja gut, das stimmt, das stimmt. Also das ist eben auch ihre Angst, dass ich halt zu enttäuscht von ihr sein könnte jetzt. Und sage, nee du, sorry, aber das Gefühl habe ich irgendwie überhaupt nicht. Also bei mir ist es so, ich habe meistens, was so Menschenkenntnisse angeht, eigentlich ein bisschen am Recht gehabt. Also ob ich mich gesehen habe oder nicht. So und vielleicht ist es das, worauf ich eben ein bisschen baue jetzt halt. Ja klar. Also ich will mich so lange enttäuschen jetzt, weil sie hat eben schon mehrere Enttäuschungen hinter sich. Ja gut, aber du kannst auch nicht sagen, ich finde dich scharf, wenn du sie nicht scharf findest. Nee klar, das ist richtig. Das geht ja. Also jetzt kann man eh nichts weiter machen. Also ich erst mal das Foto angucke und dann die zwei Wochen abwarten. Ja klar. Und ich hoffe, dass es klappt bei euch und dass es rein schlägt. Richtig. Ja, das hoffe ich auch. Volle Kanne. Wie heißt sie denn? Bitte? Wie heißt sie mit Vornamen? Sarah. Sarah in der Nähe von Freiburg. Genau. Wo wohnt sie? Also wenn Sarah, wenn du dieses Band da mal irgendwann hörst, schöne Grüße von mir und ich wünsche euch beiden wirklich viel Glück. Aber auch die Geradlinigkeit, wenn ihr euch nicht so gefällt, dass ihr das dann auch offen sagt. Das ist wichtig. In diesem Sinne, Ralf. Ja, danke schön. Lernst du machen. Alles Gute. Ja, alles Gute. Alles Gute auch. Tschüss. Harald, 38 Jahre. Guten Morgen. Hi, Domian. Alles klar bei dir? Das geht ja rasant los. Ja, ja, ja. Ja, ich hoffe bei dir auch. Ja, bei mir immer. Immer. Du hattest. Du hattest das letzte Mal so ein furchtbar interessantes Thema. Ich glaube letzte oder überletzte Woche. Ich hoffe, du kannst mich mit meinem etwas fränkischen Dialekt verstehen. Ach, wunderbar. 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 Und zwar, ich glaube, Bewusstsein oder Unterbewusstsein oder sowas in dem Thema, hast du ein festes Thema gehabt. Ne, so richtig nicht. Aber egal, sag mal, um was es geht. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte dir mal fragen oder beziehungsweise erzählen, was ich habe. Ich habe ein Schlafakne. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Was, eine Schlafakne? Nein, ein Schlafapnö. Ein Schlafapnö? Ja. Ne. Apnö. Ein Schlafapnö. Man hört während des Schlafens, Männer schnarchen ja meistens. Ja. Und die Männer hören auch meistens einmal auf zu schnaufen. Um, sie halten also mehr oder weniger die Luft an. Ja. Und diese Krankheit habe ich. Aber die Hinderung. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Da besteht auch die Gefahr, dass man erstickt, ne? Nein, es erstickt weniger. Sondern es ist die Gefahr da drin, dass du sozusagen nicht ausgeschlafen bist. Du bist ständig müde, du bist ständig am, du legst dich neun Stunden hin, schläfst neun Stunden durch, stehst auf und meinst, dich hat der Panzer überrollt. Ah, ja. Du bist ständig, ich habe mich in die Badewanne gelegt, bin hergegangen, habe gebadet, bin in der Badewanne eingeschlafen, bin auf die Toilette gegangen, bin eingeschlafen. Weil du so müde bist, weil du nachts nicht schläfst? Weil du keinen durchgehenden Schlaf hast, dich nicht mehr erholen können. Aber in der Nacht merkst du das nicht, dass du nicht richtig schläfst? Nein, 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 merkst du nicht. Weil du ja dich hinlegst, du schläfst, du schnarkst normal, nur hörst du zwischendrin das Schnaufen auf. Und das Schlimme an der ganzen Krankheit... Was heißt denn jetzt genau, du hörst das Schnaufen auf? Ja, richtig. Ja, was heißt das genau? Ich habe im Schlaflabor einen Test durchführen lassen. Ja. Und in diesem Schlaflabor wurde festgestellt, dass ich 422 Mal Schnaufen aufgehört habe. Was heißt jetzt Schnaufen? Atmen oder was? Atmen, ja, Entschuldigung. Ich habe in der Nacht 422 Mal Atempausen gehabt. Und durch diese vielen Atempausen hat man eine so schlechte Schlafqualität? Ja, ich habe einen Blutsauerstoffwert von null gehabt. Das heißt also im Endeffekt, du bist nicht mehr ausgeruht, du bist nicht mehr erholt. Das bedeutet aber, wenn du aufhörst zu atmen, dass du dennoch schläfst, aber der Schlaf überhaupt nicht tief ist. Richtig, du bist eigentlich immer im Wachsein-Zustand. Du kommst nicht in die Tiefschlafphase. Du kannst gar nicht in die Tiefschlafphase kommen. Also ich hatte vorhin ja gesagt, besteht die Gefahr, dass man erstickt oder so? Nein. Nein, nein, ich weiß, hast du geankt? Aber der Hintergrund ist, dass ich mal gelesen habe, dass diese Pausen sehr lange, zwei Minuten oder so dauern können. Und da dachte ich jetzt, dass die Gefahr besteht, dass man da auch aus Atemnot Sauerstoffmangel und stört. Nein, nein. Die eigentliche Gefahr ist da drin nicht, weil dein Körper eine eigene Weckreaktion aufweist. Verstehe, verstehe. Wie lange sind denn bei dir die Pausen? Auch so? Mehrere Minuten? Gewesen, ja. Gewesen. Das ist ja unglaublich lange, ne? Wenn man sagt, zwei Minuten atmet man nicht, ist das ja eine enorm lange Zeit. Das ist das Schlimme und das muss ich dazu sagen, ich muss froh sein, dass ich meine Frau habe, die hat mich dann immer geweckt. Bis dann eben der Zeitpunkt gekommen ist, durch das, dass ich LKW fahre, eben gesagt habe, so irgendwann bin ich einmal an der Autobahn aufgewacht und bin im Gegenverkehr in der Baustelle drin gewesen, wo zum Glück nichts passiert ist. Oh Gott, oh Gott. Ja, und dann habe ich gesagt, so Schluss aus und dann bin ich ins Schlaflabor und die haben mir jetzt ein Gerät gegeben, da wird mir per Druck Luft zugeführt, dass meine Atemwege sie nicht mehr verschließen können. Ach. Ja. Das heißt, du schläfst jetzt immer in der Nacht mit so einem Gerät? Jawohl, das habe ich auf der Nase. Ja. Und das ist so eine Nasenmaske. Ja. Da wird mir mit einem bestimmten Druck Luft zugeführt, dass meine Atemwege hinten im Hals nicht mehr zufallen können. Ja, und das wird wahrscheinlich von irgendeiner kleinen Maschine gemacht. Hängt die dann an deinem Bett, diese Maschine? Die steht neben meinem Bett oder jetzt wie da im LKW kann ich sie mitnehmen. Das ist dann überhaupt kein Problem. Und wenn du im LKW hinten pennst? Ganz genau, ganz genau. Macht die laute Geräusche, diese Maschine? Nein, nein, nein. Ganz, ganz leise, ganz angenehm. Das heißt, deine Frau kann ruhig daneben schlafen? Die schläft seitdem wie ein Engel. Schläfst du denn seitdem auch wie ein Engel? Ja, ja. Ich bin ein neuer Mensch. Ist es wahr? Jürgen, ich muss dir sagen, ich bin früh aufgestanden nach acht Stunden Schlaf. Nur mal einen Urlaubstag, die ihr kurz erzählt, ich weiß, du bist in Zeitdruck. Einen Urlaubstag haben wir erzählt, früh aufgestanden nach acht Stunden Schlafen, gefrühstückt, aufs Sofa hingelegt, wieder geschlafen. Mittag aufgestanden, ein bisschen was gegessen, hingelegt, wieder geschlafen. Abends was gegessen, wieder geschlafen. Also die ganze Lebensqualität war miserabel. Ich habe zwei Kinder zu Hause. Meine Kinder, die haben zu mir gesagt, Babi, mit dir kann man eh nicht mehr anfangen. Wie lange hast du jetzt diese Maschine schon auf der Nase? Die habe ich jetzt knapp zwei Jahre und bin ein ganz neuer Mensch. Ja, doch, ein ganz neuer Mensch. Man muss sich das wirklich vor Augen halten. Diese Lebensqualität ändert sich von heute auf morgen. Glaube ich. Gigantisch. Glaube ich. Da bin ich voll überzeugt, wenn man einen guten Schlaf hat, dass ganz viel mit gutem Leben dann verbunden ist danach. Aber das heißt, du bist immer auf dieses Gerät angewiesen. Wohin du auch fährst, du musst es immer bei dir haben. Ja, doch, ich habe mich eingestellt auf dieses Gerät, sagen wir mal so. Damit es mir einfach nicht mehr passiert, wie es mir immer mal passiert ist, dass ich einschlafe oder sonst irgendwas. Zahlt das die Krankenkasse, dieses Gerät? Ja. Wahrscheinlich ist das ein teurer Spaß, ne? Ja, kostet an die 6.000 Mark. Ja, 6.000 Mark. Das heißt, diese Krankheit nennt man Schlafapnoe. Jawohl. So nennt man das. Ja. Besteht denn die Chance für dich, dass du irgendwann, weil du bist ja ein junger Mann von 38, besteht die Chance, dass du irgendwann nochmal normal schlafen wirst? Ja. Das schon? Das Handicap ist erstens das Rauchen. Durch das, dass ich ein Gewicht vorrauche, rauche ich auch etwas mehr, wie normal ich sollte. Ja. Und dann Gewicht. Ich bin momentan am Gewicht abnehmen und daraufhin muss ich sehr stark daran arbeiten. Dann könnte die Möglichkeit bestehen, dass das wieder beseitigt werden kann. Aha ja. Wie dick bist du? Wie schwer bist du denn? Ich bin jetzt im Moment 108 Kilo. Ja, könnte ein bisschen runter, ne? Ja, doch. Könnte reichlich runter. Sagen wir es mal so. Bei welcher... War sehr dezent von dir. Danke. Bei welcher Größe? Bei 1,75 Meter. Ja, da muss was runter. Ja. Aber volle Könne. Aber du, das ist das große Laster des Lkw-Fahrers. Ja, ja. Wie? Wie? Ja, ja, ja. Das ist es. Aber im Endeffekt... Nicht so viele Fritten essen. Du, schon lange nicht mehr. Schon seit zwei Jahren keine Fritten mehr. Ich habe noch eine Frage zu dem Schlafapnoe. Ja. Wie viele Jahre hast du dich vorher damit rumgeschlagen? Das ist die gute Frage, ja. Das kann ich dir nicht genau beantworten. Aha. Also kann das schleichend irgendwie? Das merkst du nicht. Das merkst du nicht. Weil du ja, sagen wir mal, unterm normalen Schnarchen ja nicht weißt, wann hörst du das Atmen auf. Stimmt, stimmt. Und wann nicht. Das ist eben nicht feststellbar. Und irgendwann hast du gemerkt, ich fühle mich wirklich gerädert, wenn ich aufstehe. Ja, nicht einmal das wird dir richtig bewusst. Ja, ja. Es ist das Gefährliche an diesem Schlafapnoe, dass du das in keinster Weise irgendwie bewusst kriegst. Also, Rat an Leute, die mit so etwas Probleme haben, sich wirklich an richtige Fachleute zu wenden. Am besten an ein Schlaflabor, an eine Universität. Braucht man nicht einmal. Braucht man nicht einmal. Man kriegt heute von den Ärzten Geräte zugewiesen, die man für ein, zwei Tage nehmen kann. Wo dann dementsprechend angeschlossen werden, wo eigentlich jedes Kind machen kann. Wo dann hergegangen wird und eben ausprobiert wird, ob du Schlafaussetzer hast. Achso, das ist völlig ungefährlich und man kann einfach testen, ob es wirkt. Richtig. Nein, nein. Ob du Schlafaussetzer hast, ob du Atem-Aussetzer hast. Achso, verstehe, verstehe. Da wird dir sozusagen ein Mikrofon am Hals nur mit so einem Glättband hinten machen. Und das misst sozusagen das dann ab, ob du sozusagen in der Nacht aufhörst zu schnaufen. Ich verstehe, ein Testgerät quasi. Ganz genau. Und dann ist das Problem schon gelöst. Es gibt auch viele, die hörnisch, schnarchen gewaltig und schnaufen aber trotzdem weiter, atmen weiter und es passiert gar nichts. Dann hat es ja mit dem nichts zu tun. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ab drei, ab fünfmal aufhören in der Nacht wird es gefährlich. Ja. Weil es Herz darunter leidet, Kreislauf darunter leidet. Ich wünsche dir, dass du schönartig abnimmst. Ja, doch. Ich werde mich bemühen. Dass du fleißig Obst und Möhren isst auf deinem LKW. Alles klar. Keine Süßigkeiten nassst und so. Und das Rauchen runterschraubst. Ach, alles, was Spaß macht, muss man dann auch sagen. Ja, ja. Ich bin ja froh, dass ich meine Frau noch habe. Na, genau. Die macht nicht dick. Jürgen, einen schönen Gruß an dein Team. Auch an dir alles Gute. Dankeschön. Ich danke dir herzlich. Und dir auch alles Gute. Danke. Tschüss, Harald. Tschüss. Ich könnte euch ja nochmal unsere Telefonnummer sagen. 0800 5678 111. Eine kostenfreie Telefonnummer. Da könnt ihr mich erreichen, hier in Köln im Studio. Und jetzt bin ich verbunden mit Michael. Und Michael ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, grüß dich, Domian. Hallo, Michael. Ja, weshalb ich anrufe? Ich stecke zurzeit so in meinem Outing drin. Ich bin ja also sehr unsicher. Ich habe jetzt meiner Ex-Freundin das Ganze erzählt. Und meinen besten Freund. Die haben sehr lieb darauf reagiert. Outing bedeutet, dass du denen, dass du glaubst, sicher bist, dass du schwul bist? Ja, also das ist auch nochmal so eine Sache. Ich habe bis jetzt nur Freundinnen gehabt. Und mit denen war es halt auch sehr schön. Aber ich muss mir eingestehen, dass ich auf Jungs stehe. Und das habe ich jetzt endlich auch innerlich abgeschlossen. Weißt du, ich hatte oft Probleme, mir das selber einzugestehen. Aber das habe ich jetzt hinter mir. Gab es denn schon reale Erfahrungen mit Jungs? Ja, da muss ich gestehen, dass ich bei der Bundeswehr eine Eskapade hatte. Ja, Sodo und Gomorra bei der Bundeswehr. Ja, verrückt. Mann. Auf eurer Stube auch noch? Ja. So heikel, wenn man da erwischt wird. Ja, Gott. Nee, das war... Wie viele waren denn da auf... Also zu wie viel wart ihr auf der Stube? Wir waren zu zweit. Ach, ihr wart nur zu zweit? Ja, nur zu zweit, ja. Und von wem ist da die Initiative ausgegangen? Von ihm. Also der war bekennender Homosexueller. Und ja, der ist dann irgendwann... Wir waren besoffen, das ist natürlich immer die Ausrede, aber... Nö, das ist oftmals der Anfang. Dann hat er mich halt geküsst und das fand ich sehr schön. Und dann sind wir halt ein bisschen weiter gegangen. Ist das einmal passiert? Das ist einmal passiert, ja gut. Und dann hat mich noch... Also erstens, dann hatte ich halt dieses innere Coming-out und habe mich mal an einen Schwulentreff gewandt. An was? An einen Schwulen? An einen Treff. Ein Treff, ja. Ja, in Köln. Und da hat mich mal dann auch jemand angemacht und den habe ich dann ja kennengelernt. Und der hatte mal bei mir benachtet. So ein bisschen streicheln gekommen. Aber weiter nichts. Aber mit dem Soldaten hattest du schon richtig Sex? Was verstehst du da drunter? Also nicht das hinten... Also kein Analsex, aber sonst ist schon viel abgegangen. Ja. Ja, so weit, so gut erstmal, aber... Ja, aber das eigentliche Problem ist mein Umfeld, an dem ich aufgewachsen bin, sehr ländlich. Das ist... Ich habe mich schon im Internet ein bisschen umgesehen. Das scheint wohl häufiger das Problem zu sein, wenn man in den ländlichen Ländern aufwächst. Das ist noch so, ja. Ein konservatives Umfeld, an der ich war. Es waren 1.400 Schüler, hat nicht einer offiziell... Oder was heißt, ich weiß es nicht, war nicht einer schwul. Es wurde nicht darüber gesprochen, wer sich ein bisschen seltsam verhalten hat, war Außenseiter schlechthin. Deswegen habe ich auch so ein bisschen so ein Macho-Image aufgebaut von mir selber, muss ich sagen. Lebst du denn noch in dieser Provinz, oder bist du jetzt umgezogen? Nee, ich bin ja jetzt nach Köln gekommen. Ach, du lebst in Köln? Ja, ich bin lieber da. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal wunderbar. Ja, aber mich zieht schon noch nach Hause, weil meine Eltern bereiten mir den Weg wirklich mit viel Unterstützung. Ansonsten... Also du hast gerade am Anfang gesagt, dein bester Freund weiß es. Ja. Und deine Freundin weiß es irgendwie. Ja. Deine Eltern nicht. Nein. Wie werden die darauf reagieren? Das ist nicht schön, sich vorzustellen. Und zwar, ich habe schon Andeutungen gemacht, dass ich später keine Freundin haben möchte, dass ich keine Kinder haben werde. Und da hätten sie sich ja eigentlich denken müssen. Und dann haben sie gefragt, und dann hat meine Mutter gefragt, wir saßen am Mittagstisch, wer redet dir eigentlich so ein Mist ein? Und dann habe ich gesagt... Was hast du gesagt? Der redet dir sowas nicht ein? Der redet dir so ein Mist ein. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte euch was sagen. Ich habe ein paar schwule Freunde. Und dann hat sie mich sofort unterbrochen, die Augen an Bände gesprochen und hat gesagt, ach was, schwule Freunde hast du? Sowas kommt mir nicht mehr ins Haus. Du weißt das selber ganz genau. Schwul, das ist doch richtig abartig. Und was kam noch? Und dann kam noch, Moment, Moment, Schwul, so abartig. Ja, das langt ja auch. Aber das ist schon ganz gut. Das heißt, letztendlich... Ach ja, Moment, Moment, ich weiß wieder. Genau, Schwulsein, das ist doch heute nur so ein Trend. Das machen die doch nur, um irgendwie aufzufallen. Und das war super hart. Und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Mein Vater wollte ja nichts mehr von dem Gesprächsthema wissen. Dann bin ich aufgestanden gegangen. Wir hätten es eigentlich merken müssen. Sie hätte es kapiert. Ja, sie hat es kapiert. Glauben wir das. Das hat die absolut gecheckt, wie lange der Hase jetzt läuft. Die geht drüber weg. Die geht drüber weg, ja, natürlich. Ja klar, weil man über das Böse, was da sich auftut, schweigt. In der Hoffnung, dass es nicht stimmt. Aber sie weiß es jetzt. Das ist doch klar. Jetzt beginnt nur die bittere Arbeit für dich. Sie damit auch immer wieder zu konfrontieren. Immer wieder. Und gnadenlos. Bist du Einzelkind? Nein, ich denke mal, ja, ich bin Einzelkind. Das auch noch. Wie alt sind deine Eltern? Über 50. Du brauchst es nicht zu konkret zu sagen, was machen die so beruflich? Sind die so, welche Schicht? Eine Hausfrau und ja, relativ hohe Schicht. Hohe Schicht. Das heißt, du bist finanziell auch von denen abhängig? Ja. Also das heißt aber, nein, das ist es wirklich nicht. Das ist es nicht. Also deshalb würde ich mich nicht irgendwie dazögern, irgendwas zu sagen. Das ist wirklich nicht. Ich liebe die wirklich auch so über alles. Ich möchte die auch nicht verlieren. Ja. Aber wenn sie dich über alles lieben, werden sie dieses auch über kurz oder lang akzeptieren müssen. Ich denke. Ich kann nicht hoffen. Das hat mich halt im ersten Moment so geschockt und hat auch sehr weh getan. Ja. Ich vermute mal, wenn deine Mutter so reagiert hat, scheint da ja so eine Aggression und so ein Widerwillen gegen dieses Thema zu sein, dass sie dich noch oft in der nächsten Zeit verletzen wird. Ja, ich hoffe, dass ich noch einen Freund hätte, also habe oder hätte, weil jetzt glaube ich, nachdem ich für mich selber das so gefunden habe, dass ich jetzt eher halt auch auf Jungsuche gehe. Und wenn ich dann einen Freund habe und da zu Hause mit ankomme, dann muss sie das verstehen. Also ich glaube, es leichter für mich ist, wenn ich jetzt noch einen Freund habe, der zur Seite steht, der dann sagen kann, okay, ich bin jetzt eben sein Freund und wir lieben uns über alles und vielleicht mag sie den Typ dann ja auch. Aber ich finde auch, du solltest dennoch ein bisschen das Feld bereiten und ja, stell dir mal die Situation vor, die flippt aus, wenn dein Freund, der dann irgendwann an deiner Seite sein wird, dabei ist, wenn du sie damit konfrontierst. Ich meine, der erste Schritt ist getan. Es ist in der Welt. Das Wissen ist jetzt in der Welt darüber bei ihr. Und das wird sie schon beschäftigen. Und du kannst es hier erstmal ein bisschen jetzt noch brodeln lassen bei ihr und bei Gelegenheit nochmal so das unten wieder ein bisschen unterschwerlich oder auch direkt sagen, wenn es passt. Und steht da, Tropfen höhlt den Stein. Das ist schon ein alter Spruch, der aber wirklich stimmt. Ja, vielleicht ist es schwer. Ich meine, du weißt es mit Sicherheit. Ja, ich weiß es sehr. Ich weiß es ja aus eigener Erfahrung. Ich tue mich halt jetzt viel in Internetchats und so umhilfen und so. Aber du hast mir jetzt wirklich erstmal die Augen geöffnet, dass vielleicht sogar meine Mutter jetzt wirklich schon teilweise weiß, dass ich sie jetzt damit nur noch mehr konfrontieren muss. Ja, das glaube ich schon. Und das ist eine Phase, die unter Umständen lange andauern kann und wirklich sehr, sehr nervig und sehr schmerzhaft sein kann und sehr demütigend für dich vielleicht auch werden wird. Aber ich möchte dir aber auch nur raten, auch bei aller Liebe und bei allem Respekt deiner Eltern, wirklich mit Härte und Vehemenz zu dir zu stehen und sie damit zu konfrontieren. Und ihr klarzumachen, wie weh sie dir tut, wenn sie ihre Moralvorstellung dir aufzeigen will. Ja, vor allem, ich habe auch ein bisschen Angst vor dem Schwulsein, aber ich denke mal, das ist auch nochmal. Weil man sieht immer dieses Token-Image und das finde ich auch toll. Da würde ich jetzt an der Stelle auch ganz gelassen rangehen und nicht auf Biegen und Brechen jetzt Erfahrungen sammeln wollen, unbedingt Männer aufreißen und so. Macht mal ab. Es gibt genügend wirklich sehr nette Schwule, die nicht in diese Szene verkehren und die wirklich wunderbare Männer sind und die wirst du irgendwie kennenlernen an der Uni oder weiß ich wo. Gar nicht mal nur in Schwulenkreisen. Lass das mal langsam auf dich zukommen. Danke. Alles Liebe, Michael. Ja, vielen Dank, Donia. Alles Gute. Tschüss. 1.38 Uhr und 30 Sekunden. Jetzt machen wir eine kleine Pause. 2.38 Uhr und 30 Sekunden. 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 3.40 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 Uhr und 30 Sekunden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, hallo Jürgen 21 Jahre alt, guten Morgen Ja, guten Morgen Jürgen Hallo Hallo Um was geht es, Jenny? Ja, um meine große Liebe Deine große Liebe? Ja Erzähl mal ein bisschen Und zwar ist es ein Arbeitskollege von mir Und ähm... Wie alt? 34 Und ähm... Wir kennen uns jetzt seit einem Jahr ungefähr Und ähm... Am Anfang konnte ich ihn eigentlich gar nicht leiden Und ähm... Jetzt aber seit Anfang Dezember, Mitte Dezember Verstehen wir uns eigentlich ganz gut Ist das sein Vorgesetzter oder arbeitet er auf gleicher Ebene wie du? Naja, er arbeitet auf gleicher Ebene Ja Ist doch toll Ja Das Problem kommt aber noch Wie? Ihr standet einfach so da und der hat sich geküsst? Ja Das passiert mir hier nie im WDR Ja Dass ein Arbeitskollege einfach mal mich dann so küsst? Ja Na gut, erzähl weiter Da habe ich auf jeden Fall noch nichts für ihn empfunden Also wir haben uns nur gut verstanden Und waren eigentlich gute Freunde Und ähm... Ja, dann ähm... Hat es sich so entwickelt, dass ähm... Er mich dann öfters nach Hause gebracht hat Er wohnt direkt hier auch bei mir um die Ecke Und ähm... Ja, dann ähm... Haben wir uns auch zum Abschied dann mal geküsst Und ähm... Dann ist er in den Urlaub gefahren Für eine Woche Und als er dann aus dem Urlaub wiederkam Da hat er mich dann auch direkt angerufen Und ja, dann bin ich zu ihm gefahren Und dann hatte ich wieder geküsst Ja Da ist dann schon etwas mehr passiert Hui Ja, da haben wir dann ähm... Miteinander geschlafen Ja Und ähm... Da meinte er aber zu mir Er möchte nicht, dass es irgendjemand Bei der Arbeit erfährt Also... Warum? Weil ähm... Er mag es nicht, wenn über ihn getratscht wird Und ähm... Das ist bei uns Das ist... Die reinste Tratschküche Und das mag er halt nicht Und ich hab's dann halt Einer Freundin anvertraut Die auch da arbeitet Und ähm... Die hat sich dann verplackert Und dann war er dann... Wie das bei Freundinnen so ist Ja Und ähm... Da war er ziemlich sauer Mhm Das ist jetzt ungefähr dreieinhalb Wochen her Mhm Und dann hat er Knapp zwei Wochen nicht mit mir gesprochen Kein einziges Wort Er hat mich total ignoriert Und das war die Hölle Es war echt... Aber da ist ja jetzt viel passiert, ne? Ab im Dezember erst geküsst Und dann diese ganzen Geschichten Die du gerade erzählt hast Ja Im Moment ist noch die Ignoranzphase Nee, nicht mehr Sondern? Letzte Woche hat er wieder Das erste Wort mit mir gesprochen Mhm Und ähm... Ja, dann hat er mich Irgendwann abends Hat er mich dann auch wieder Nach Hause gebracht Mhm Und ähm... Ja, und... Letzten Abend war ich dann Also gestern Abend War ich dann wieder bei ihm Und dann haben wir Fernsehen geguckt Den ganzen Abend Bis er mich dann irgendwann In den Arm genommen hat Und dann ist es wieder passiert Dass wir wieder miteinander geschlafen haben Aber er meinte Er wollte halt nicht Dass es irgendjemand erfährt Und ich weiß jetzt echt nicht Was ich machen soll So, und du stehst jetzt da Bist eigentlich ganz groß verliebt Ja Und kannst nicht nachvollziehen So in der Tiefe deiner Seele Warum der das geheim halten will Genau So, Jenny Genau so geht es mir Auch wenn ich mir das anhöre Was soll das? Was soll das? Wie albern Er will nicht Dass man über ihn tratscht Was ist das Tratschen? Wenn man weiß Dass ihr ein Liebespaar seid Vielleicht ein großes Liebespaar Darunter sollen es so alle wissen Wenn das eure Arbeit nicht angeht Deswegen Praktigkeit Ist das ein Vorgesetzter von dir? Bringt das so objektiv Komplikationen In eure Arbeit mit rein? Naja, im Grunde genommen nicht Ihr arbeitet gar nicht direkt so ganz eng zusammen Sondern nur in einer Doch, wir arbeiten zusammen in einer Pizzeria In einer Pizzeria? Ja Und ja Da arbeiten wir schon ziemlich eng miteinander Und wenn da getratscht wird Das kriegt auch jeder dann mit Und das ist halt nicht angenehm Weil da werden auch die Witzchen drüber gerissen Und Bist du da Kellnerin oder was machst du da? Ne, ich fahr Pizzataxi Achso, achso was Und er fährt auch Pizzataxi Ach Gott, also mein lieber Himmel Ne, das ist aber gut zu wissen Weil ihr euch dann in der Arbeit nicht tangiert Wenn ihr jetzt gemeinsam an irgendwelchen Projekten arbeiten würdet Da könnt ihr schon verstehen Dass man da vielleicht Angst hat Dass die anderen denken Aber jeder hat seine eigene Pizza Die er jeweils zu einem anderen Adressaten bringt Ne? Ja Ja, aber Bist du dir sicher, dass der nichts anderes am Laufen hat? Ja, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher Ganz sicher? Ja Ganz sicher Ja, vielleicht Ja, ich bin ganz misstrauisch Irgendwas Irgendwas Was ist Was liegt da Was hängt dahinter? Das ist natürlich eine vorgeschobene Sache Mit dem Er will nicht, dass man tragt Da hängt irgendwas anders hinter Was ist das? Ich weiß es auch nicht Das ist es ja Das ist ja das Problem Ich weiß nicht, was dahinter hängt Das steht nicht zu dir und zu eurer Ja, genau Ist er denn wirklich in dich verliebt? Oder ist das einfach nur geil auf dich? Das weiß ich auch noch nicht so ganz genau Auch eine wichtige Frage Ja, also In unbeobachten Momenten haben wir uns dann noch schon mal in der Pizzeria geküsst oder so Dass es halt keiner mitgekriegt hat Also Hat ja auch seinen Reiz Wenn das so geheim alles ist Ja, sicher hat es seinen Reiz Aber Ich meine Ich hätte es halt lieber, wenn wir es offen auslegen könnten Vielleicht Schämt der sich deiner auch? Na, das weiß ich nicht Das ist halt so Ich sage jetzt nur mal so Sachen, die mir so einfallen Da habe ich auch schon drüber nachgedacht Weil Ich weiß nicht, was da noch für Ich habe gerade die Top-Figur Und Ich bin halt etwas molliger Und Ja Ich weiß nicht Aber erst deshalb Ist es ein Macho? Ne, glaube ich nicht Nein, nein, nein Nein Ja, aber egal Das ist auch nicht so Nein Also die erste Frage, die geklärt werden muss Die du für dich auch klären musst Oder die du ihn einfach fragen musst Wenn er das nicht zeigt Was er für dich empfindet Das ist die allererste Frage So Und wenn er sagt Dass er wirklich auch Und dich verliebt ist Oder dass er Oder wenn er sogar so große Worte benutzt wie du Eine ganz große Liebe es nennt Also dann verstehe ich nicht Warum er sich nicht dazu bekennt Und dann würde ich ihm aber auch erheblichen Druck machen Und würde rauszukriegen versuchen Was dahinter steckt Ja, er meint ja Er meint ja auch immer zu mir Er wäre beziehungsunfähig Und Ja Das ist ja noch ein anderes Thema Ja, das glaube ich eigentlich auch nicht Sonst Er hat schon längere Beziehungen geführt Und Nicht, dass der dich nur einfach so als Als Küssmaus da benutzt Und ab und zu mal Weißt du? Ich weiß es nicht Ne, man muss ja alles erst mal bedenken Das ist so wichtig Vor allen Dingen Wenn man so verliebt ist Neigt man ja dazu Immer den anderen Durch die rosa-rote Brille zu sehen Ja Und ihn immer noch Mehr aufzuwerten Als er vielleicht Gut ist Ja, das stimmt schon Ja, das habe ich auch schon öfters erlebt Aber Bei ihm weiß ich nicht Also Das kam wie so ein So ein Blitzschlag Weiß ich nicht Also Lass es dir gesagt sein Von außen So für mich als Unbeteiligend Klingt das sehr befremdend Dass er sich so verhält Mhm Und deshalb musst du das rauskriegen Was er für dich empfindet Das ist die allererste Aufgabe Ja, da habe ich aber auch irgendwie Angst vor Ja Zu fragen Ja gut Das musst du nur dann auch aushalten Der musst du mit der Wahrheit Dich auch konfrontieren Mhm Und wenn Wie gesagt Dann entsprechend der Antwort Musst du Musst du dich weiterfragen Reagieren Ja Ja So sehe ich es Aber wenn er dann sagt FWM findet nicht so viel für mich Dann musst du damit auch leben Da musst du dir überlegen Ja, ist aber dann schwer Ja, logisch ist es schwer Dann musst du überlegen Ob du dich auf diese erotischen Spielchen Noch weiter einlässt Ob du das aushältst Oder ob du sagst Nee Gar nichts Ja, ich glaube Ich kenne dann meine Entscheidung schon Ich würde mich da weiter drauf einlassen Und leidest Ja Aber das wäre dann Aber ich denke mir dann So habe ich ihn wenigstens ein bisschen Ja, aber das ist Eine Milchmädchenrechnung Dieses ist Da prognostiziere ich dir Sehr viel Liebeskummer Und Leid Wenn du das so dann machst Aber lass uns nicht Über ungelegte Eier reden Mhm Rede erstmal mit ihm Mhm Okay Okay Toi, toi, toi Ja, danke Jenny, tschüss Tschüss Steffen Steffen, Steffen, Steffen Hallo Steffen Ja, hallo Jürgen 23 Jahre Richtig Und? Ich möchte was zu Einen meiner Vorredner sagen Ja Dieser junge Mann Der da diese SMS-Bekanntschaft hatte Ja Und zwar Ralf Bitte? Ralf hießer Ja, genau Dem Ralf Möchte ich ihm ein bisschen Mut zusprechen Was diese Sache angeht Und zwar habe ich Vor knapp zwei Jahren Habe ich jemanden im Internet kennengelernt Mhm Und wir haben jetzt so ein bisschen gechattet Und später auch telefoniert Und hatten auch nie ein Foto voneinander Mhm Es ging dann langsam auch so weit Dass wir uns übers Internet Übers Telefonieren Ineinander verliebt haben Mhm Und Dienstlich Jetzt muss ich auch dazu sagen Diese Meine jetzt noch Jetzige Freundin noch Das heißt noch Halt meine Freundin Mhm Wohnt 700 Kilometer von mir entfernt Im guten alten Österreich In Salzburg Mhm So Und dienstlich musste ich dann irgendwann Musste ich nach Ulm Mhm Und da hatten wir uns eigentlich abgemacht Wenn ich schon in Ulm bin Das ist ja ein bisschen näher Dann komme ich auch mal ein Wochenende vorbei Mhm Und sie sagte mir aber kurz vorher ab Dass ich nicht kommen sollte Und ich hatte aber jetzt schon Mir den Montag freigenommen Und mir einen Leihwagen organisiert Weil ich war eigentlich mit dem eigenen Wagen da unten Und bin dann halt trotzdem Darunter gefahren Mhm Ja und Hast du dich überrascht quasi Äh ja überrascht Zu dem Zeitpunkt wusste ich leider nicht Dass sie nicht besonders auf Überraschung steht Mhm Ja gut Ich klingelte dann bei ihr an der Tür Und Sie hatte sich beschrieben Wie sie ungefähr aussieht und so Und Ja sie machte die Tür auf Und Ich war wahnsinnig überrascht Da konnte ich mir nur sagen Bitte Der Weg hat sich gelohnt Und War sie auch überrascht Und hat auch gedacht Der Weg hat sich gelohnt Ja also Doch will ich mal meinen Und Also Von daher würde ich Und Daraufhin seid ihr ein Paar geworden Ja genau Bis heute noch Wie lange seid ihr jetzt zusammen Bis heute noch Also es sind jetzt fast anderthalb Jahre Anderthalb Jahre Also du willst dem Ralf einfach Mut machen Das kann schon gut gehen Ja Das ist ja nett von dir Aber es kann auch Ich will ja jetzt hier keinen Kein Miesepeter sein Aber es kann natürlich auch in die Hosen gehen Das stimmt natürlich auch Kann ich auch nur bestätigen Ach hast du auch schon erlebt Oder wie Ja nein Ich hab Das ist noch länger her War auch so eine Chatgeschichte Und Irgendwie Ich hatte ihr einfach nur meine Handynummer gegeben Und am nächsten Tag auf der Firma werde ich angerufen Und von der Stimme her Und Was wir uns so unterhalten hatten Hörte sie sich wirklich nett an Und Denke ich mir Ja Und irgendwann schickte sie mir ein Foto Und dann dachte ich mir Bitte Das kann ja wohl nicht wahr sein Und Ja gut Ich hab sie da mal besucht Aber ist da nicht mehr raus geworden Beides gibt's Und wir wollen hoffen Dass Ralf Glück hat Ja Und ich will hoffen Dass das gerade keine freudsche Fehlleistung war Mit meinen Noch-Freundinnen Nein Auf keinen Fall Ich hoffe dass sie noch Also die Sachen Eigentlich im Internet Chatten und so Die sind seitdem für mich gelaufen So Das ist in Ordnung Da läuft überhaupt nichts mehr Ich danke für deine Wortmeldung Steffen Ja Bitte Alles Gute Schönen Abend Danke schön Tschüss Matthias 40 Jahre alt Guten Morgen Ja Grüß dich Jürgen Matthias Einen Satz vorweg Ich hätte auch nie gedacht Dass ich mal mit dir sprechen würde Gut Jetzt ist es soweit Mein Thema ist Selbstmord Beziehungsweise Was dann passiert ist Ich weiß nicht Ob das schon mal ein Thema war Englische Medien Englische Medien? Ja Also ich bin Letztlich Ziemlich schnell Ist jetzt Ungefähr drei Monate her In einer Selbsthilfegruppe gelandet Ja Da wollte ich auch hin Und da habe ich gehört Dass es sowas gibt Hatte ich vorher noch nie gehört Selbsthilfegruppe für Leute Die selbstmordgefährdet sind Oder was? Na Ja Die sowas erlebt haben Sind sicherlich auch Teils selbstmordgefährdet Aber das sind erstmal Angehörige von Nächsten Menschen Die Die du verloren hast Wie ich meine Freundin So Lass uns mal ein bisschen Klarheit reinbringen Du hast deine Freundin verloren Wann? Das ist jetzt drei Monate her Wie lange warst du mit der Freundin zusammen? Anderthalb Jahre Ja Und deine Freundin hat sich das Leben genommen? Ja Die war depressiv Und Insofern War sie gefährdet Und Ja Wie hat sie sich das Leben genommen? Mit Tabletten und Alkohol Hast du sie gefunden? Ja Sie hat mich vorher sogar noch angerufen Und Ich bin dann dahin Und Hab sie dann Und da war es schon zu spät? Sie war noch bei Bewusstsein Also Ich will das allerdings jetzt Nicht, dass ich das ablocken möchte Nicht ausführen Weil ich Als ich angerufen habe Hab ich jetzt nicht so ernsthaft Mitgerechnet durchzukommen Aber Ich habe mir gesagt, das möchtest du mal Anderen Menschen erzählen Weil ich vorher nie daran geglaubt habe Dass es sowas gibt Beziehungsweise das weggeschoben habe Das heißt, ich möchte jetzt Nicht persönlich Über meine Freundin hier erzählen Sondern Mehr darüber, was dann passiert ist Ich will dich auch nicht bedrängen Aber nur Ich glaube, dass man so den Hintergrund Besser versteht In dessen, was du gleich erzählen wirst Deine Freundin ist dann Obwohl sie noch bei Bewusstsein war Ist dann verstorben Ja Das war Das sind alles so rationale Überlegungen Was ich jetzt sage Das kann man sozusagen Nicht nur von zwei Seiten sehen Da gehen dir tausend Gedanken Durch den Kopf Du kannst es auch recherchieren War es so oder war es anders Es sieht so aus Dass es sozusagen zu spät war Dass es ein Unglück war Das heißt Dass die Wirkung von diesem Cocktail Kann man sagen Zu heftig war Und In dem Fall glaube ich Dass sie gemerkt hat Oh Irgendwann kommt der Punkt Wo du Angst kriegst Totale Angst offensichtlich Wenn jemand Der zwar todesnah ist Aber Vielleicht ist doch nicht So richtig ernst Man Was ihm einfach dreckig geht Und du total verwirrt bist Und Wenn du dann noch Sowas hast Wie merkst Oh Ich will es ja gar nicht Aber es gibt kein Zurück Und da hat sie bei dir angerufen Ich denke Ich denke Dass das der Punkt Verstehe Jetzt ist das Ganze ja noch sehr frisch Drei Monate ist ja nichts Und man so eine tragische Sache erlebt hat Was ist jetzt danach passiert mit dir? Du fragst jetzt wie es mir geht Ja Also mir geht es Ohne Wenn und Aber Streckenweise sehr dreckig Einfach Ich wusste auch nichts darüber Ich sag mal eine Zahl Ich weiß nicht Ob das stimmt Ist auch nicht so wichtig Es sollen sich Weltweit jedes Jahr Eine Million Menschen umbringen Weil umbringen ist auch so ein ungenauer Begriff Die auch die Entscheidung treffen Eben dass sie jetzt gehen Sag ich mal Es ist ja ihre Entscheidung Anführungsstrichen Was war jetzt dein Hauptanliegen Dich hier zu melden? Mein Hauptanliegen ist das Ich bin auf der einen Seite auch sehr ein Kopfmensch Hab mich aber über meinen Lebensweg Auch dem so spirituellen Ding So mit der Zeit ein bisschen mehr geöffnet Hab kurze Zeit Bin eigentlich auch sehr aktiv Das heißt wenn irgendwas passiert Entweder hängst du im Loch Oder du machst was Bin Das ging ziemlich kurz danach Hab ich über Selbsthilfekontakten Gruppen Kontakt gekriegt Zu einer Selbsthilfegruppe Suizid Also Argus heißt die Wir müssen das mal ein bisschen zusammenfassen Und da hab ich auf jeden Fall von Das ist mein Thema von den englischen Medien gehört So und jetzt verstehe ich das aus Wir meinen nicht die englischen Zeitungen Die Presse Sondern wir meinen Menschen mit einer spirituellen Begabung Richtig Die so geben sich vor Oder so glaubt man Kontakt zum Jenseits aufnehmen können Ja und unter anderem Ich sehe deine Sendung unregelmäßig Aber auch schon lange Zeit Und ich hab noch nie gehört Ich weiß es nicht Ob du schon was oder davon gehört hast Ob das schon mal Thema war Ab und zu Jetzt lass mich fragen Weil ich bin jetzt ein bisschen verspannt Weil die Sendung bald zu Ende ist Ich möchte noch ein paar Sachen von dir erfahren Hast du über ein solches Medium Kontakt zu deiner Freundin Ja Was hast du von deiner Freundin erfahren Über dieses Medium Erstmal dass es ein Unfall war Dass sie gar nicht sterben wollte Und dann der Punkt Ich hab mich versucht darauf einzulassen Erstmal gar nichts zu erwarten Und es ist dann ein Punkt gekommen Wo alle Dämmer gebrochen sind Das heißt da sind Namen gefallen Die niemand wissen kann Niemand Und das war die Überzeugung Dann für dich Das stimmt Das kann kein Humbug sein Das hat mich zumindest Nochmal ganz schön aus der Bahn geworfen Verstehe Weil das ist unfassbar Dass dir ein Mensch Der Ich meine das kostet auch Geld Ganz klar Wenn du da hingehst 150 Mark Kann ich mal konkret sagen Ja Für eine halbe Stunde Und wie gesagt So ein gewisses Kritisches Was ist das überhaupt Stimmt das überhaupt Kann das denn überhaupt sein Das Habe ich natürlich mitgebracht Aber dann auf einmal Kommt der Punkt Wer sagt Die Schwester heißt Nachdem du das jetzt Nachdem du Sagen wir es anders Nachdem du doch In gewisser Weise beeindruckt bist Von dem was da geschehen ist Hast du den Eindruck Dass es deiner Freundin Gut geht jetzt Ja die ist auch klar Das habe ich ja alles Natürlich gefragt Und es geht dir sehr gut Das heißt wenn das Körperliche von dir abfällt Und die Probleme Die du in diesem Leben hast Ja die sind nicht mehr da Hat sie dir Eine Botschaft Ja Ein Mittel für dein Leben Auf jeden Fall Das ist ein schöner Ausgang Für die Sendung Wahrscheinlich Die heißt ganz klar Lebe Und das ist alles unwichtig Was vorher geschehen ist Sie hat mir gedankt Und gesagt Dass sie mich unendlich liebt Also so wie ich sie Weiterhin auch liebe Das klingt sehr pathetisch Aber Nein aber es klingt aber auch So dass Das es für dich glaube ich Auch einfacher ist Mit der Trauer zu leben Ja klar Das ist ein Grund warum Sicher auch ich da hingegangen bin Ja So Matthias Ich würde jetzt wirklich gerne Mit dir weiter reden Es geht leider nicht Weil wir gleich am Ende sind Ich bin trotzdem froh Dass wir haben sprechen können Ja Von Herzen alles Gute Ja auch Von Herzen Matthias Auf Wiederhören Bis dann ne Tschüss Tschüss